hey leute herzlich willkommen zurück ja ich habe immer noch keine ahnung was wir machen können ich würde sagen wir versuchen uns einfach mal an artorias was anderes bleibt mir gar nicht übrig ja ja eins wollte ich noch tun mal zu diesen schreinen noch mal hinlaufen jetzt ist unser weg ja kürzer und wir haben ich weiß dass hier einer war kriege ich dafür was aha okay wo war noch einer feierling war glaube ich auch noch ein dann probieren wir den noch okay dann in der gemalten welt aber war der letzte keine ahnung fällt mir gerade nicht ein hier war noch einer das weiß ich da bringt mir da was was bringt mir der ring den ich was bonswera with skies was soll das heißen ich check's nicht weiß nicht was für ein benefit der mir bringt was haben wir dadurch verändert oh magic defense geht nach unten aber das juckt uns ja nicht ja egal wir brauchen den jetzt nicht wirklich da war noch irgendwo einer ja da wollte ich auch noch mal nachgucken wir haben vergessen oh mein gott da müssen wir ein stück zurücklaufen und hier müsste auch der andere sein wie komm ich da jetzt am schnellsten hin ich hab schon wieder vergessen ist er da ja da zuha ok da ist er da das ist sens aber ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht ouch ich weiß nicht wo ich hin muss er anschafft jetzt wo kam der bitte her der ist in den zuha in der in in die im im in wir in in im Es ist so nervig, diese kleinen Stinker. Der ist auch tot, der ist auch tot. Hey! Ouch! ok ja schnell weg hier bin ich wieder falsch das ist wahrscheinlich genau wieder was gibt es hier nichts was schießt da ich glaube ich muss ein stockwerk ja ich glaube bei dem malta was warum visiert er bitte die da oben an irgendwas schießt hier schon wieder auf mich beide zoos ist auch ok jetzt rennen wir hier hin drücken dich Jetzt müssen wir einen Stock mehr holen und hier und hier den, ah ne. Okay, und da gehts jetzt rein. Dich habe ich auch gekillt. Und hier ging es aus. Jaaaa. Jaaaa, shit. Warum macht er das jetzt? Und dort. Hat der mich erschreckt ey. Kleiner Arsch. Hier sind jetzt natürlich alle Mobs wieder da. Ach was. Oh, ich habe ein Item vergessen. Auch gut. Ich will jetzt gucken, ob wir diesen... Wo war der jetzt? Ach da. Ich glaube da, wo die geschlossene Tür ist, müsste er noch dran sehen. Was? Ist immer noch lockt. Jetzt gehen wir mal nach dem Item schauen. Ich hoffe, ich triggere hier nicht. Komische Geräusche. Oh, die Dinger lohnt sich es auch zu töten. Oh. 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 Ich komme da gar nicht hoch. Irgendwo war es doch krank. Daaa. Lost Selkie. Aha. Wie kann man einen ganzen Schlüssel übersehen? Echt jetzt? Nein, nicht töten. Oah, das war jetzt... Kein einziges Mann Humanity. Was soll das? Na, also wenn die Zelle jetzt nicht auf geht. Oh komm, die stimm ich auch noch. Gib mir was! Was sollen diese Gegner bringen? Die bringen gar nichts. Die können nichts, die bringen nichts. Oh, kann ich nicht mit dir reden? Nö. Tja. 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 Tut 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 tut. Wird du spürt? Ich kann sie besuchen. Kann ich die Schieben? No. Okay. Weggeschen. Ich kann nicht... es ist man vorher nicht angenommen also gehe ich jetzt mal ich weiß nicht ob ich das schaffe ich versuche es mal schnellste weg nach unten ich renne einfach nur durch kann ich hier noch was war das so klar das machen wir lieber safe nicht dass der uns irgendwie in den rücken fällt gott stirbt doch einfach gibt mir was und runter ich kann hier glaube ich durch das wollen wir absichtlich da schade ist dass meine dinger weg gehen meine leucht steinchen da die präsentation weil mit denen hätte ich jetzt dauerhaft diesen weg erleuchten können ich stehe das riesen sich noch da der ist schon immer da ok schien es ging mir was nämlich doch gerne wieder ein twinkling und jetzt gehen wir zu dir du letzte sprung schlag noch mal scheiße und heiler nichts kein boss kein boss ich hab den ja unten gesehen hier gehen wir mal dahin den habe ich getötet dann ist er wieder auf getötet hat er mein drachen gekillt und oder was sitzt da hat meinen drachen gekillt ja 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 scheiße und jetzt was bringt das jetzt kommt hier immer wieder oh man ich kann da nichts drücken ich habe echt keine ahnung was ich hier machen soll denn ab Ich glaube, ich greife ihn jetzt einfach mal an. Das geht oder wie? Was? Outsch! Ja, und jetzt? Das ist so dumm. Der hat meinen Drachen gekillt. Das ist so dumm. 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 So, wir holen uns kurz 20.000. Äh, 20.000. Estos und ein Gemma. Das ist so dumm. 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 Und so kam es mal an. Das ist so dumm. Und da... Das ist so dumm. ein mushroom jetzt gibt es ein doppelmushroom oh, warte, ich habe einen schocken tja tja oh ich kann es trocken mit dem ding kann ich auch nichts anfangen außer nichts was gibt es was kann ich damit wirst du nicht wirst du nicht wirst du nicht wirst du nicht Ich muss da echt hinlaufen. Warp. Oh, ich hab hier zwei. Ja Leute, sorry dass es wenig Action gibt, aber jetzt muss ich ein bisschen suchen, ich hab schon einiges gekillt. Und jetzt muss ich suchen was als nächstes da ist, mit dem ich mich noch anlegen kann und mir fällt halt außer Gwenewehr, fällt mir nichts mehr ein. Oh shit, das wäre fast in die Hose gegangen. Eigentlich kann man auch. Pöppelmoss. Okay, jetzt noch. Ja, ja, ja. Wir gehen jetzt ins Addon und töten Artorias. Und werden dabei noch ungefähr 2000 Pöppelmoss sammeln. Was ist das? Ach, das sah gerade aus wie etwas leuchtendes. Ohhhh, noch ein paar irgendwas. Oh Gott, ich will jetzt aber nicht wie es stimmt. Ah, die Hand ist da. Die Hand ist da. Das Zeck brauche ich nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. gott ist das laut wobei bei althorias brauche ich natürlich die seelenkümmer mitnehmen aber das andere brauche ich dann nicht tschuk 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 was sagst du ich komme ich jetzt noch mal ganz am rand laufen genau und dann kommen wir in dieses teil was ja ich hab jetzt vergessen ich menschlich zu nein lass mich in ruhe du ich will da einfach nur durch rennen kommt runter ja wird es jetzt echt dumm ich hab grad gedacht die fehlt hier ich muss mich jetzt schon einmal heilen ich werde mich noch öfter heilen müssen ich ouse Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, ich mach dem ja gar keinen Schaden. Oh, nee. Heilend. Ey, wieso? Ey, ich hab schon 14 Heilungen verbraucht. Und nichts gemacht. Gott, das wird ja ein Spaß. Oh, oh, oh. Und dann ist da nicht mal ein Bonfire. Ja. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen üben. Ja, das war klar. Du bist tot und du kommst bestimmt auch gleich. Dann gibt's Mega 5 und da nochmal eine. Das... Das... Damit könnte ich mich ein bisschen heftiger anziehen und muss jetzt überlegen, was kann ich denn anziehen? Vor allem das brauche ich glaube ich nicht, ob ich zum Zaubern komme, weiß ich auch noch nicht. Oh, Guardian, das ist definitiv zu heftig, oh Gott, das, oh, Kristallin wäre vielleicht auch eine Alternative, wo ist denn das? Kristallin. Ich bin aber bei 34. Ja, ich kann mich halt jetzt echt nicht mehr rollen. Was ist denn hier Dark? Oh, das ist ein Arsch. Was ziehen wir denn an, was ziehen wir denn an? Chlorentine und vielleicht hier noch die Dings. Ja, das ist genauso schwer, ehrlich. Kann ich die anziehen? Jetzt kann ich mich nicht mehr befehlen. Aber ich habe 355, komm, wir testen das mal. Mehr will mich umbringen, kann es ja wohl nicht. immer da 10er. Dann hin. Was ist das? 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 Die könnten jetzt gleich danach machen. Oh bonfire, sehr schön. Und level up. Einen. Einen. Da geht's lang. Da geht's lang. Und dann geht's weiter. Okay. Was ist das? Okay. Okay. Guck mal. Guck mal wie weit wir hier kommen. Oh. Oh, das ist mies. Komm. Oh, das ist gut. Gott. Ich hasse. Ich hasse diese Viecher. No. 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 Ich habe das. Ich muss das. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Ist das ja. Oh, faz所. Ist das ja chợ? hat er kommt darüber der affe schieß was warum ouch was machst du da Oh mein Gott. jetzt weiß ich auch wo du herkampf jetzt weiß ich auch wo du herkampf was diese Oh ne, jetzt muss ich da... Was war das? Ah, das funktioniert noch. Oh, das ist eine falsche. Das ist eine falsche. Humanity dry. Dry Humanity. Das nehmen wir doch mit. Ach, da unten ist eine. Humanity. Und da ein Sporn. Nein, das war mal nicht. Tagging ist auch nicht weiter. Okay. I'm sorry. Nö. Red Titanite. Blue Titanite. Schauen wir mal. Aber es sieht nichts mehr. Dann haben wir es nämlich schon. Ah. Okay. Das war hier. Was ist da? Das war das. Okay. Dann gehen wir mal noch die... die Treppe hoch. Und jetzt können wir eigentlich... Was können wir denn eigentlich? Schaffe ich es da rüber? Ja. Sehr geil. Green. 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 Green screen. Oh. 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 Gott. Ey. Dieses. Jetzt muss ich bis da runter laufen. Hau ab! Ich will da einfach nur so schnell wie möglich hin. Spreng, du Idiot. Oh, da ist schon noch mal einer. Und gut. Eigentlich müsste die Waffe hier Boom sein. Aber irgendwie bleibt das Wünschen der Effekt. Jetzt bleiben die beiden da hängen. Ah, die erwischt nicht. Ja, da muss ich euch so klingen. Ich riskiert es jetzt nicht. Perfekt. Und einmal Kopfschuss, Bäm, Kopfschuss, Bäm, Kopfschuss, Bäm, Kopfschuss, Bäm. Und da. Oh, da ist durchgefangen. Oh, wo ist die? Oh, da ist durchgefangen. Oh, da ist durchgefangen. Das macht so viel Schaden. So viel Schaden. So ungefähr. Und die schießt jetzt bloß auf. Ha! Oh, da ist durchgefangen. Ja, nach mir. Oh, da ist durchgefangen. Oh, da ist durchgefangen. Ja. Ja. Okay. Ich will den nicht zu weg. Es ist gut, dass der da gleich runterfallen ist. Oh, ne. Kriege ich die von da oben? Kriege ich die von da oben? Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Warum brennt die nicht einfach? Sehr gut. Das ging sogar schneller als erwartet. Das sah aus wie ein Shotcut. Oh. Mit roten Augen. Boah, das wäre cool, wenn ich hier einfach runterkomme. runterhüpfen könnte. Das wäre eine enorme Abkürzung. Holy shit. Ich brauche ein Bonfire. Ich brauche ein Bonfire. Ich brauche ein voll vorbegründet. Boa. Boa. Nice out. Ich brauche das. Ich brauche das jetzt. Ich brauche das nur hier so hin. Ich brauche das zu lösen. Wohhh! Alter! Ist das fies! Ist das fies! Das ist mega fies! Oh god. Okay, der ist auch tot. Jetzt können wir den einen noch ein bisschen rauslocken. Shit. Ey, die machen so viel Schaden. Gut so. 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 Gott, wie du? ist der hier mal an nicht sterben nicht sterben nicht sterben fest vornehmen nicht zu sterben es Okay. Ah, das war jetzt. Gott, im Himmel, wie viele sind denn hier? Ja, wir müssen den da klemmen. Ah! What the fuck? Nein! Alter Falter, wo kam die jetzt her? Ey, diese scheiß Hexen. Die ist da. Alter Falter. Gott, diese hässlichen Viecher. Wo ist noch mal so eine, ha? Da ist doch bestimmt irgendwo wieder eine versteckt. Echt? 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 Was? Was liegen immer da? Ich hoffe das ist so nett Oh da muss ich nachreden Aber Shotcut freischalten unbedingt Das ist immer noch sehr schwer Das muss man dem schon lassen Also das DLC hat schon... Ach danke machen Wo läuft da was? Acht Lightnings Bios habe ich jetzt noch und... Bitte keine Ha 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 Okay Ganz cool gekillt Irgendwo hör ich das Ach da kann ich mich dann abrollen Aber jetzt gehen wir erstmal in den nächsten Raum Ich weiß nicht ob ich das schaffe Oh Oh Ich weiß nicht 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 jetzt nichts dann nix wie aufs dach ist gut und dann aufs zwischendach und damit nach ganz unten ja wir haben es geschafft so weit so gut da ist das ding nach oben wie kriege ich jetzt dieses nächste stück da es war klar so Das war's für heute. Jetzt muss ich mich so oder so heilen. Ich glaube, ich müsste es hier doch mal mitschleifen. Firekeeper, so. Hier ist es keiner mehr. Da auch nicht, dann probieren wir dich mal. Ah, das ist... Oh! Aua! Okay. Chain Leggings. Da kriege ich immer noch irgendwelchen Scheiß wieder. Okay. Ah, da ist eine Truhe. Und dann auch noch eine falsche. Eine falsche. Voltaik Jaito. Das ist doch Feuer gewesen, oder? Nichts. Ah, bitte. Bitte ein Bonfire. Ja. Boah! Boah! Boah, er heiligt mich jetzt, was da mal über irgendeine Kack-Überraschung geht. bringt das kack licht auf meinem kopf überhaupt nichts ja okay das haben sie glaube ich beibehalten das machen wir gleich mal ich muss pinkeln noch einmal dann sind wir wieder clean auf dem konto alles hier gefahren das ist cool und bloß 20 sehr gut ich hoffe es gibt mal irgendwo 1 35 sagen wir dann mal auf 35 endurance gehen ja ich glaube sonst wird es echt zu viel um sie etwas töten damit ich das level krieg Oh. Oh. Hallo. 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 Danke. Super. Bravo. Wo? Schnell hinrennen, zurückrennen. Glaubt das Ding liegen? The Abyss. Und wieder tot. Das ist ja das Schlimme. Ich kotze mich jetzt schon wieder an. Level up. Level up and down. Genau. Brauche ich diese blöde Dinge auf dem Kopf? Nee, ich glaube nicht. Was macht die? Ja, ich hab's mal. Ja, ich hab's mal. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier den letzten. Wir haben hier den kleinen. Wir haben da drüber, das war. Bei Dark of Mana. Ah, blau. Lecker. Ich mach mal eine Pause. Pause Pause Ja, Mama, meine Pause Ciao